Bei aller Unterschiedlichkeit der einzelnen Mitgliedsländer innerhalb der Europäischen Union verbinden uns dennoch viele gemeinsame Werte. Voran natürlich der gemeinsame Wert der Demokratie, der Rechtsstaatlichkeit und eines freiheitlichen Grundverständnisses. Und auf diesen Säulen baut ein starkes Europa auf. Freiheit, Demokratie und Sicherheit sind die großen wichtigen Werte, die die Europäische Union auch in den kommenden Jahren vertreten sollte. Hier möchte ich anknüpfen an die Vision der Gründerväter der Europäischen Union, ein friedliches, geeintes und wirtschaftlich starkes Europa zu schaffen. Für uns vertritt die Europäische Union wichtige Werte. Das ist Demokratie, Frieden und vor allem Freiheit. Die EU ist für mich das größte Friedens- und Freiheitsprojekt. Sie ist nicht bloß ein Wirtschaftsraum. Die Mitglieder der Europäischen Union, so unterschiedlich sie auch in manchen Bereichen sein mögen, einen zentrale Werte. Die EU steht für Frieden, für Wohlstand und für Stabilität. Die EU steht seit mehr als sieben Jahrzehnten für Frieden und Freiheit. Sie ist ein Garant für Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechte, kulturelle Vielfalt und Weltoffenheit.